In diesem Jahr bin ich Botschafterin der Lichterkinder von World Vision in Indien. Und wie ihr seht, stehen hier ganz, ganz viele Kinder um mich herum und es gibt auch noch ganz viele Kinder in diesem Land, die eure Unterstützung brauchen. Also bastelt ganz viel Laternen und schickt uns die Fotos und ihr könnt auch was dabei the best.